Ich gehe nach Marissa, ja? Also meine Wirkung, müssen Sie nicht... Ich muss sehr früh raus. Also, wenn Sie wollen, ganz ohne Hintergedanken, können Sie auch bleiben. Ich gehe besser nach Hause. Also es muss einfach nur klar sein, dass ich nicht dringend daran interessiert bin, mit dir zu schlafen. Das ist schon in Ordnung, das musst du auch nicht. Ich möchte viel lieber ins Bett gehen und einfach schlafen. Aber ich kann dir Handtücher holen und Schlafseiten gewinnen. Ich spiele die Marianne, eine Astrophysikerin der Sussex University. Ich spiele den Roland. Ich bin quasi Imker und lerne die Astrophysikerin Marianne kennen. Ich weiß das Wort. Ich weiß das Wort, das ich tippen will, aber ich weiß die Buchstaben nicht. Die Buchstaben sind irgendwie nicht richtig. Es macht mir Angst. Arbeiten. Aufhören. Aufhören zu arbeiten macht dir Angst. Was mache ich dann? Wir gehen weg. Wir können machen, was wir wollen. Das ist mein Armst. Wirklich. Wir können nicht. Und wann zieht er ein? Mary, komm, zieht er ein. Es gibt keinen direkten Termin. Aber er zieht ein. Hoffentlich. Wir reden nicht genug über den Weltraum. Was ist das? Mit der Arbeit hat das nichts zu tun. In diesem Stück, wo es ja um die Theorie der Multiversen geht, wo es mehrere Welten gibt, die parallel nebeneinander existieren können, gibt es halt verschiedenste Varianten unseres Kennenlernens, unserer Liebe und unseres Abschieds und unseres Wiederkennenlernens. Und da sind unglaublich viele Parallelstränge, von denen wir dann immer einen kleinen Ausschnitt quasi uns rausholen und dran zoomen.